da vorkommen. Sind wir da? Wir sind da, seid ihr auch da. Herzlich willkommen im Quest-Club oder aus dem Quest-Club. Hoffentlich bald wieder bei uns hier. Cardio Burn, endlich! Ist lang her irgendwie, oder? Ja. Das ist genau, weil wir waren letztes Mal Montag dran. Letzte Woche Montag, ja. Irgendwie so. Das kommt mir voll lang vor. Habt ihr uns schon vermisst. Wir haben es vermisst und wir freuen uns sehr. Wir haben wieder was gezaubert. Für euch auf den Tisch fast, ja, okay, ein paar Klassiker haben wir drin. Ja, Klassiker haben wir jetzt schon. Einzel. Cardio Burn Sortiment. Aber sonst gibt es auch ein paar neue Sachen. Optionen, en masse, wenn ihr wollt. Vollgas, noch besser. Immer. Immer Vollgas. Und wenn die Optionen deinem Vollgas ist, dann ist nacheim. So ist noch viel besser, schöner gesagt. Let's go. Let's go. Ja. Let's do it. Take me higher, ja. Das ist unser Motto. Streck dich mal lange. Arme nach außen. Öffnen die Brust. Wir starten mit dem Bound. Das ist nach rechts. Ganz easy. Lass die Hüfte fest. Spann den Bauch an. Aktive Arme. Wärme uns ein bisschen auf. Jawohl. Für unsere 45 Minuten. Step Touch. Jawohl. Oh, ich habe meine Uhr noch gar nicht aktiviert hier. So. Fahr. Das war ein Schluss, was du essen darfst. So genau geht es doch nicht. Nimm die Arme dazu. Jawohl. Running Arms. Setz den Po tief. Schieß die Knie nach außen. Jawohl. So, bringen wir ein bisschen Bewegung ins Spiel. Laufst du uns nach vorne. Komm. Stopp Bounce hier. Wieder zurück. Schön locker. Bounce. Willst du die Option zeigen? Ja. Das machst du sehr schön. Hier. Bounce. Schau. Was ist das? Wow. Hammer. Stopp Bounce. Single Squat. Tief von hoch. Wie es würdest du dich auf den Stuhl setzen? Ja. Tief von hoch. So. Stopp unten. Komm in die Plank. Hip Opener rechts. Stell den Fuß neben die Hand. Vor. Po bleibt tief. Hände unter den Schultern. Letztes Mal. So. Single Three Step Push Up. Three Step Push Up heißt Ellenbogen eng. Hände unter den Schultern. So. Mach einen mehr. Jump in. Und Run. Kommt zu uns. Take me higher. Jawohl. Da wird man gleich glücklich, wenn man wieder Cardio Burn machen darf. Lang ist es her, hey. Kommt hier. Sehr schön. Zurla, bleib im Bounce. Zurla, bleib im Bounce. Bleib hier. Ganz locker. Schnapp durch. Spür, wie gut dir die Bewegung tut. Ja? Den ganzen Tag sitzen. Oder liegen. Ja. Step Touch. Liegst du den ganzen Tag oder wo? Ich meine, das geht ja gar nicht. Wir starten wieder nach vorne. Run. Komm. Bounce, bounce, bounce. So, wir versuchen jetzt mal im Bounce ein bisschen tiefer zu gehen. Beug die Beine mehr. Wenn du nach vorne läufst, geh also, klick den Po. Aktive Arme. Und tief. Here we go. So, zweite Runde ist Single Squat. Let's go. Schießt und hoch. Arme und Feuer. Feuer. Oh yes. So, Stopp zieht. Komm in die Plank. Hip Opener wieder rechts. Zack. Versuch mal, still zu bleiben. Nur das Bein bewegt sich. So, Single Squat. Push-ups. Zweite Runde. Wärm den Oberkörper auf. Spann den Bauch an. Let's go. Jump in. Und run. Easy Bounce. So, wir groupen langsam aus. Komm noch mal vor. Das war dann eh schon der erste Track, gleich. So schnell geht's. So, schau mal. Side step over. Einmal rechts. Welcher Arm? Ja. Bitte? Du musst den gleichen Arm finden wie du. Bounce. So, la la. Wir groupen ins nächste Lied. Das ist jetzt der Oldie. Oh yeah, ich freu mich. Ein Cardio Burn Oldie. Ui, der ist... So schnelle Temposprünge machen wir hier. So, bleiben wir mal hier im Bounce. Wir gehen noch mal ein bisschen tiefer, ja. Beug die Beine mehr. Lass aber den Oberkörper aufrecht. Gut. Wir starten, ne? Mit einem Left Curl. Step Curl, Step Curl. Ferse kickt im Po, ja? Oh yeah, ist immer noch cool. Ja. Jetzt müsstest du laut aufdrehen, ja? Three Step Run. Eins, zwei, hopp, hopp. Eins, zwei, hopp, hopp. Wenn du nicht so viel Platz hast, mach's einfach in einem kleineren Radius. Wenn mehr geht, mach's größer. In jedem Fall solltest du den ganzen Platz ausnutzen, den du hast. So, ihr hört es, ja? Da kommt der Beat. Was machen wir? Drop. Eins, zwei, drop. There you go. Wir droppen mit dem Beat, ja? So, letztes Mal. Skate. No sleep. So, lande aufgebeugt im Bein. Option ist hier bei mir. Vier, drei, zwei, schaff's. Das war Runde Nummer eins. Langsam solltet ihr schon ein bisschen warm werden, ja? Teil zwei des Warm-ups. Arme. Punch, punch. Streck die Arme aus. Spann den Bauch ein. Und hier der Schaffel, ja? Wirf zwei Schienen. Große Schritte. Step curl. Komm, wir nehmen die Arme gleich zu. Setz den Putt tiefer wie in Runde eins. Jawohl. Drei Step. So, sei leicht auf den Füßen. Ja? Schnell, leicht und locker. Wir denken wieder an das Ausflug von unseres Raumes, ja? Mach die Bewegung größer. Und es brodelt schon. Es brodelt. Woo! Mit dem Beat. Draw, komm. Zack. Lande mit gebeugtem Bein. Versuch die Arme mitzunehmen. Letztes Mal hin und her. Geht, bleib hier. Geht. Woo! Lass den Oberkörper gerade. Jawohl. Vier, drei, wein, Schaffel. So, also Mädchen, es warmen. Ja. Definitiv. Ich bin gut aufgewärmt. Wir machen noch ein bisschen was für den Oberkörper. Punch. Boom. Komm, komm. Versuch mal, dich hier erst am Boden zu lassen. Jawohl. So, kleines Squat-Pulls. Schön im Keller. Wow, wow. Ja, jetzt lassen wir es nochmal ein bisschen brennen, ja? Dass es hier schon noch brennt jetzt. Wir haben eine Kombi, schau mal. Squat, lunge, squat, lunge. Wir bleiben immer tief, gell? Nicht aufstehen. Nicht aufstehen. Wenn du mehr magst. Kleiner Jump dazwischen. Komm. Bis das Lied vorbei ist. Wärme deinen Unterkörper nochmal auf. Und stopp. Jetzt kommt mein Lieblings-Lied von heute. Also zumindest von meinem Teil. So, ich bin immer so leise. Aber der muss auch schneller, bitte. Ja, jetzt haben wir gut. Passt. So, vom Single-Lied. Double. Komm. Zweimal. Oh yes. So, das ist ein Mix aus Koordination und Liebe. Schau mal. Crossover. Ich habe auch noch eine. Hey, mit dem Bied ist es cool. Ey. So, klar. Run nach vorne. Komm zu uns. Wir laufen ein Kreuz. Swing back. Dreh dich 90 Grad nach rechts. Nimm die Arme dazu oder nicht, wie du magst. Swing back. Dreh dich nach hinten. Run. Swing. Spann den Poren. Dreh dich. Jedes Mal 90 Grad. Gut. Gut. Easy Run. Woo. Oh yes. So, zweite Runde ist ein bisschen anders. Woo. Minimum. Side flick. Woo. Ganz locker. Woo. Ach, da sollten eigentlich noch Kicks kommen. Run nach vorne. Wir können die Kicks bring back. Eddy kommen wir dann schon noch. Dreh dich 90 Grad. Nimm die Arme dazu. Komm. Es geht nach hinten. Here we go. Dafür machen wir nachher von der Kicks, okay? Komm. Streck die Arme. Mach dich lang. Single knee. Woo. So, letzte Runde. Wir schmeißen alles zusammen. Oberkörper aufrecht. Aus einem. Mach zwei. Double. Ganz. Boom. Streck den Arm. Punch nach vorne. Ja, was kommt nach Double? Hey. Komm. Du hast den Humor. Wenn das nicht geht, gell? Wenn dir das zu viel ist. Bleib hier. Ja. Das geht immer. Letztes Mal. Run nach vorne. Swing back. Streck die Zehenspitzen. Dreh dich. Komm. Lange Arme. Woo. Nach hinten. Der erste Kick dem Po. Komm. Letzte Richtung. So, und wenn du wieder zurück bist. Jetzt aber. Single knee. Ja, ja, ja. Wir machen dafür jetzt ganz schön viele. Versprochen. So. Jumping Jacks. Nimm die Arme hoch. Bring die Knie nochmal tief. Und hier bei der Sandra. Nochmal zurück in die Kicks. Auf geht's. Komm. Schmeiß dein Bein in die Luft. Lass das Bein gestreckt. Spann den Bauch an. Und nochmal Jumping Jacks. So, gib nochmal Gas. Jetzt musst du warm sein. Yo. Easy run. So. Jetzt kommt die erste Pullspitze. Oh, ich trinke was. Ja. Trinke gerne. Ich muss nämlich was erklären vorneweg. Und zwar, wir haben die nächste Pullspitze 2 im Tabata Style. Aber ein bisschen anders wie sonst. Und zwar bauen sich unsere Runden innerhalb einer Runde auf. Ja. Wir haben immer eine feste Komponente. Die machen wir immer einmal. Eine Wiederholung. Und die andere Komponente erhöhen wir jeweils um eins. Beispiel. Ist, wir starten hier, das ist auch die erste Runde, im Squat. Jump einmal in, out. Berühr den Boden. Dann zweimal in, out. Eins, zwei. Berühr den Boden. Dann drei. Berühr den Boden. Vier. Berühr den Boden. Das System geht so durch. Aber jede Runde hat einen anderen Fokus. Letters. Letters. Genau. Wir klettern nach oben. An der Leiter. Anhand der Wiederholungen. Gut. Let's go. Eine Runde hat 45 Sekunden. Beat ist scheißegal. Macht es in eurem Tempo. Aber so viele wie möglich. Das ist das Ziel. Ja, ja. Pulsspitze. Let's go. Ich will es erwähnt haben. Also, Runde eins nochmal. Einmal springen, einmal berühren. Zweimal springen, einmal berühren. Und so weiter. Ready? Zählen. Here we go. Eins, zwei, drei. So, ihr könnt auch schneller oder langsamer wie wir sein, ja? Versuch, wenn du nach unten gehst. Hier. Obers Körper aufrecht. Kroh tief. Und die Hand. Der längste Finger soll den Boden berühren. So, wo seid ihr? Nächste Runde. Sechs, sieben. Sieben. Okay, dann stell ich mit dir ein. Sieben. Acht. Komm, 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 komm. Sag's nicht gleich, das ist die leichteste Runde, ja? Gib's hier gescheit Gas. Stopp. So, die war so ein bisschen zum Eingroove. Nächste Runde. Wir machen im Burpee. Einen weiten Push-Up. Dann machen wir wieder ein Burpee. Zwei Push-Ups. Und so weiter. Ich mach gleich weiter. Burpee. Drei Push-Ups. Jawohl. Du darfst natürlich die Push-Ups auch auf den Knie machen, gell? Du musst sie nicht gestreckt machen. 45 Sekunden können lang sein. Ja. Fünf. Sechs. Wo bist du? Jetzt kommt der Pull-Shop ein bisschen mehr ins Spiel, gell? Ja. Ah ja? Aber die Runde ist ja auch schon vorbei. Yes. Puh. So, jetzt geht's in die Höhe. Ja. Wir haben einen. Straight Jump. Und einmal rechts, einmal links, Lunge. Straight Jump. Vier Lunches. Und so weiter. Spring hoch. Jede Seite einmal. Spring hoch. Jede Seite zweimal. Und so weiter. 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 Jawohl. Lande mit gebeugten Beinen. Unser Ziel ist der Lunge so. Hinteres Knie zum Boden. Vorderes Knie raus. Oberkörper aufrecht. Optional. Mach Back-Zapping-Lunges. Und mach einen geraden Squat. Das geht immer. Okay? Auf geht's. Geh an dein Limit. Komm, komm, komm. Hebe ab für uns. Stopp. Wir machen das Ganze nochmal. Mit einer kleinen Steigerung. Schön. Grundsatz bleibt der gleiche. Wir können gerne schon gleich das nächste Lied machen. Achso. Kommt gleich. Okay. Wir packen immer ein bisschen mehr was drauf. Basis ist dieselbe. Aber wir wollen eine bisschen höhere Push-Pitze kriegen. Gut. Gleiches Ding. In, out und jetzt aber. Kein Squat, sondern ein Butt-Kick. Alright. Das Zweidjumps, Butt-Kick und so weiter. Here we go. Achso. Immer als drauf packen. Eins, zwei und drei. Das ist aber schwierig. Wenn du keinen Butt-Kick machst, bleib hier bei der Squat-Option. Das geht genauso, okay? Lande mit die Wolkenbeinen. Eh klar, oder? Zack. Auf geht's. Das Schwierigste ist das Zählen. Drei, vier. Ihr könnt auch laut zählen, ja? Stütze für den Kopf. Rest. Runde zwei. Burpee. Ein Trizip-Push-Up. Und mit Jump hoch. Ja? Dann zwei Push-Ups. Drei, vier und so weiter. Let's go. Go, 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 go. Zwei. Option für die Push-Ups, ja? Bring einfach den Po näher. Und bring die Ellenbogen auf den Boden, ja? Das ist die Option. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Geht's on. Huh. Hände sind unter den Schultern. Rest. So, erst die dritte Kombi aus dem Straight-Jump wird ein Tuck-Jump. Heißt, die Knie nach vorne. Zwei Lunches, vier, sechs, acht und so weiter. Go, 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 go. Einer auf jeder Seite. Tuck-Jump. Zwei auf jeder Seite. Tuck-Jump. Drei auf jeder Seite. Komm. Auf geht's. Jetzt brennt's langsam, aber jetzt nicht aufhören, gell? Immer schön altemachen. Du musst den Tuck auch nicht machen, gell, wenn es nicht geht. Tuck. Komm, 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 komm. Nicht aufgeben jetzt. Klammer. Drop. Schnapp's dich. Vielen Dank. Das war schön. War was anderes, oder? Trink zum Schluck. Ist es zu laut? Ich muss atmen. Darfst du nicht. Kommen jetzt überhaupt hier Bodenturnen? Ich hoffe auf Bodenturnen. Nein. Ja. Nein. Erholung. Na was jetzt? Erholung. Ach so, ich bin gar nicht dran. Kein Bodenturnen. Du bist fertig. Ich bin doch. Kein Bodenturnen. Ich bin dran. Das war jetzt witzig. Ich dachte. Das war lustig. Ich dachte, du machst Push-ups. Das war ein Push-ups. Ach so. Heel-Check. Ja. Beste Stelle des Kurses. Und das kennt ihr schon. Single Knee Lift. Steig ein. Take my eyes. Heartbreakers. Für alle Heartbreakers. Ja. Ja. Double Knee Lift. Zwei. Ohne Impact. Ohne Stress. Entscheide dich. Für deinen Workout. Superman. Oh ja. Superwoman. Vier Stück. Und gleich zurück. We love this feeling. Ja. Zurück. Achtung. Crossover. For the moment. Ich habe einfach meinen freien Fuß genommen. Ja. Sehr gut. Drop Squat. Drop. Drop. Beidebeinem. Put zurück. Low Option. Easy Work. Eindrop Squat. Zwei Jacks. Go. Zwei Jacks. Ja. Optional. Walk. Tap. Walk. Single Knee. Yeah. You're so sexy. Lift up. Spann den Bauch an. Bisschen mehr. Ja. Double. Double. Komm, streck den Arm. Arme raus. Wunderschön. Wir fliegen. Over. Vier. Wenn es nicht klappt. Step Touch. Für vier. Go. Wunderschön. Drop. Down. Down. Versuch noch fortzuspringen. Oder zu gehen. Popo tief. Ja. Ein Drop. Zwei Jacks. Okay. Come on. Oder. Du kombinierst mit den Tabs. Wie es dir gefällt. Leute. Double Knee. Double. Start mit dem Double. Sexy Candy. Okay. Live for the moment. Wir fliegen. Go. Gleich zurück. Streck den Arm. Streck das Bein. Keep going. Yes. Drop Squat. Down. Down. Hey Leute. Wie tief geht der Popo? Let's go. Noch mal fliegen. Ja. Over. Zurück. Denk an eine Option. Step Touch. Ich bin die Königin hier. Cross. Was ist das andere? Ja. Kein Problem. Egal. Egal. Ja. Dein Workout. Drop Squat. Down. Zum Popo tiefer. Komm. Oder. Easy Walk. Kombin. Drop Squat. Jack. Knie nach außen. Brust hoch. Low. Oder high. Ein letztes Mal. Fliegen. Zurück. Schau der Hand hinterher. Länger. Come on. Cardio Burners. Drop Squat. Yeah. Heartbreaker. Seite. Happy. Mit den Jacks. Drop. Jack. Easy. Wie du willst. Ja. Ich glaube, es ist gleich aus. Ja. Gut. Bams. Uh. Was ein Cut. Need for Speed. Okay. Speed. Ski Jump. Ski Jump. Ski Jump. Füße zusammen. Jump Jack. Yes. Immer acht. Ja. Ski Jump. Schließ die Füße. Nimm die Arme mit. Jump Jack. Go. Yes. Next. Skater. Skater. Low. Erhol dich. Drei Skaters. Eins. Straight Jump. Ja. Drei Skaters. Ja. 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 Is es dir zu viel? Schnell. Deep Touch. Low. Brust hoch. Jack now. Ja. Langsamer, großer Ski Jump. All right. Sidestip. Jump. Skater. Atme. Mach es klein. Wenn dein Puls hoch ist, nimm dir Zeit. Ready? Drei Skaters. Ein Jump. Drei. Jump High. Oder Steam Touch. Squat. Ja. Squat. Bleib. Immer in den Drei. Drei Skaters. Skate Jump. Skate Jump. Go team. Jump Jack. Arme hoch. Mehr Energie. Mehr Tempo. Low. Genau so. Mit uns. Jack. Back. Zum Schluss. Die langsamen Skate Jumps. Go. Side Step Jump. Komm hoch. Skate Jump. Wenn es dir zu viel ist. Hier ist die Option. Side Step Jump. Nur die Fersen. Stopp. Alles gut. Easy. Was für Kontraste. Ja. Liebe. Boom. Liebe. Easy. Atmen. Ihr wart oben im Puls. Ihr kommt von da ungefähr nur dahin. Ja. Ja. Kommt vor. Vier Kicks. Aufrecht seid ihr. Ihr spannt den Bauch an. Kick hier. Mit einem langen Bein. Auch hier meine Option. Higher. Higher. Here we go. Yes. Kneelift. Wenn die Arme nicht wollen. Lass sie weg. High Kick. Wenn du zu hoch bist mit dem Puls. Lass den Sprung weg. Pull nie. Hab Spaß. Das ist das Wichtigste. High Kick. Yes. Was kommt? Knee and Kick. Ein Knie. Ein Kick. High or low. Geht high. Ja, ja. Arme. Yes. Side leg. Oh. Even lower. Lift here. Atme. Intervalle. Doppelflick. Doppel. Hier ist Ruhe. Hier ist Spannung. Hier ist Freude. Und hier auch. Ja. Hier ist Liebe. Ja. Kommt. Hier Kicks. Yes. Go. Gestaltet ihr dann Workout. Wie du es brauchst. Low Option. Die lasse ich mir lizenzieren. Ja. Ja, die hier. Ja. Higher. Lift your knees. Genieße. High Kick. Go. Schau mal, dass du hier stolz bleibst. Hier bist du fest. Knee lift. Mit oder ohne Arme. Ihr seid super. Single Kick. Kick. Yes. Ein Knee. Ein Kick. Go. High. Low. High. What a workout. Side leg. Easy. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Hey. Liebe. Kommt vor. Vier Kicks. Jetzt habt ihr viele Kicks. Ihr habt genug Kicks heute. Lift up. Stay strong. Wie hoch könnt ihr kicken? Wie hoch? Ja. Yes. Knee lift. Oh, Wahnsinn. Single Kick. All about your feelings. Könnt ihr was fühlen? Single knee. Yes. Single Kick. Wahnsinn. Schafft man auch? Knee kick. So high. Wenn die Nachbarn schimpfen. Leise aufsteigen. Leise kicken. Easy job. Welcome to Tabata. Perfekt. Ihr kommt vor, als hätten wir heute nur Pulsspitzen. Ja. Wie geht's euch? Tabata hat sich angekündigt. Oh yes. Old school. 20 Sekunden. 10 Sekunden Pause. Erster Move. Ich wusste nicht, dass du Tuckjump machst. Tuckjump. Zweiter Move. Auch hier. Burpee. Pushup. Frosted. Ja. Dritter Move überlege ich noch. Ich schaue, wie es uns geht. Wie wir aussehen. Eine Runde Easy Run. Ob ich sprechen kann. Sonst müsst ihr einfach gucken. Kann passieren. Tuckjump. Ada. Ada. So, easy. In Bewegung. Versuche auch in der Pause, dich weiter zu bewegen. Ja, nicht umfallen. Tuckjump. Go, 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 go. Du kannst auch Zwischensprung machen, wenn es nicht geht. Straight. Hoch. Wenn es auch nicht geht. Squat. Ja. Versuch zwei, drei Tuckjumps. Knie nach vorne hoch. Yes. Frosted Burpee. Mit einem Pushup. Dein Tempo. 3, 2, 1. Pushup. Stay low. Das ist wichtig. Dass ihr unten bleibt. Aber die Brust hochbringt. Nimm die Arme mit hoch. Du kommst tief. Pushup. Und dann bist du hier. Ja. Aua. Side Leap. Highly Run. Aber schon zur Seite. Ja. Side Leap. Wenn es nicht geht. Marsch hier. Aber versuch einmal die Knie hoch. Höher. Komm. 20 Sekunden. Rest. Split Climber. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Oh nein. Das war ein Fehler. Ja. Lass deinen Popo tief. Du kannst ihn gehen. Aber der Popo bleibt tief. Bauch fest. Keep going. Rest. 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 Torque Jump. Leute. Das sind die Momente, die wichtig sind. Mach weiter. Langsamer. Mach eine kurze Pause. So wie ich. Und dann machst du weiter. Ja. Zieh es durch. Für dich. Rest. Frosted Bumping. 5, 4, 3, 2, 1. Einfrieren. Gib dir mal die kurzen Momente hier. Popo runter. Brust hoch. Meine Beine. Ja. Das ist Pump von gestern. Meine Beine ohne Brambewerb. Side Leap. Tiny Run. Leap. Mach den richtigen Schritt zur Seite. Ja. Ein Hoppser. Hoppser. Das klingt so easy. Ja. Rest. 20 Sekunden. Split Climber. 5, 4, 3, 2, 1. Go Team. Es kommt nicht aufs Tempo an. Es kommt auf dich an. Auf deinen Willen. Auf deine Absicht. Ja. Und wenn du gehst, dann gehst du. Aber du hörst nicht auf. Rest. Was hatte ich für eine gute Idee, aus dem Bauch auch ein Tabata zu machen. Ich liebe diese theoretische Vorbereitung zu Hause. Ja. Ich dachte mir, das wäre schön, wenn beim Bauch der Puls nochmal kurz hoch geht. Oh ja. Ich habe offenbar vergessen, dass er schon oben ist. Also nicht so lange warten, die Matte holen. Ja. Ja. Aber doch so lange, dass ihr vielleicht einen Schluck trinken könnt im Vorbeigehen. Also nicht so lange, weil alles, was jetzt kommt, findet Bauch nach unten statt. Die Belastungen sind 45 Sekunden. Die Maxi ist gegangen. Nein. Doch nicht. Excuse. Also nicht so lange, dass ihr da seid. Ja. 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 Ich habe das so vermisst. Also wo ihr startet, ist mir wurscht, unten oder oben. Knie weg. Und dann in deinem Tempo. Over to plank. Work. Wechsel ab und zu die Seite. Die Hüfte mit möglichst wenig Bewegung. Hüfte zum Boden ausrichten. Es hilft dir, wenn du die Füße weiter auseinanderstellst. Ja. Bist du stabiler. Wenn es gar nicht mehr geht, Knie runter. Popo oben halten. Denk an den Armwechsel. Ich habe es auch nicht ganz drauf. Wenn es gar nicht mehr geht, kurze Pause. Haube halten. Und dann geht es weiter. Und dann nehmen wir die Knie nochmal weg. Drei. 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 Kurz warten. Knie runter. Wir gehen in den Hover. Ich möchte von euch. Tap core. Zurück. Im Wechsel. Prepare. And work. Für die Freaks, die Fußspitze nicht absetzen. Ja. Crunch dich seitlich. Hier. Seitlich. Geht auch auf Knien. Hier. Versuch aber den Popo. Aber du siehst es da. Wunderbar. Den Popo auf Schulterhöhe zu lassen. Wenn es nimmer geht. Haube halten. Atmen. Reseteln. Und weiter. Zack. Zack. Three. Two. One. Rest. Mountain Climber. Yay. Yay. Seht ihr mich? So müsst ihr aussehen. Hände unter die Schultern. Pass her. Teil dir deine Kraft ein. Du kannst das Tempo runterfahren. Gemütlich. Fokus. Auf Durchhalten. Wenn es nicht mehr geht. Knie ab. Man kann natürlich da auch umwedeln. Aber ich würde eine kurze Pause machen. Zurückkommen. Und loslaufen. Keep going. Wenn es nicht mehr geht. Halten. Schweine und besiegen. Weiter laufen. Weiter laufen. Egal. Three. Two. One. Stop. Rest. Entspann die Schultern. Letzte Übung. Ein Knie. Gerade. Diagonal. Gerade. Yes. Prepare. And work. Wechsel das Bein. Gerade. Diagonal. Gerade. Option. Aufknien. Oder ich möchte mal kurz lieber Pause machen. Und dann wieder durchstarten. Wenn ihr die Schulter mehr spürt auf den Bauch. Habt ihr hier zu wenig Spannung. Verlagere dein Gewicht. Deine Kraft. In die Körpermitte. Geh weg von den Schultern. Konzentrier dich auf den Bauch. Bauchnabel nach innen. Keep going. Four. Keep going. Three. Einmal. Two. One. Das war gut, oder? Ihr könnt euch jetzt parallel zu uns legen. 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 Haben wir so Platz? Rückenlage. Ich schmelze. Was ich heute hier Kalorien hinlege. Stell ich mir mal vor. Alles meine Kalorien. Füße aufstellen. Wir haben ein bisschen Zeit. Leg den Körper ab. Alles gut? Zwei. Zwei. Ganz wichtig. Auf zwei. Atme aus. Ganz egal, ob du die Fersen aufstellst oder nur die Zehenspitzen, was dir taugt. Singles. Up and down. Yeah. Halt die Ellbogen außen. Zieh aus der Bauchmuskulatur. Nicht ja am Kopf ziehen. So, nochmal langsam. Sea Crunch. Hoch. Und dann Extension. Arme, Beine strecken. Zwei hoch. Zweimal lang. Yes. Streck Arme und Beine. Wenn es zu viel ist, stell hier die Füße ab. Vier noch. Versuch mal mit der Nasenspitze zu den Knien. Atme aus nach oben. Wunderbar. Letztes Mal. Letztes Mal. Jetzt streck die Beine nach oben. Pulsier. Kleines. Fingerspitzen zu den Tieren. Wer kommt da hin? Die Magdi. Juhu. Sehr schön. Eine Runde mehr. Doppeltes Set. Wenn es nicht geht, stütz deinen Kopf. Wenn es auch nicht geht, ja. Knie über die Hüfte. Aber halt die Schulterblätter in der Luft. Und alle Knie über die Hüfte. Cross-Crawl. Komm. Oberkörper hoch. Und oben lasst. Optional. Auftippen. Wenn gar nichts mehr geht, nur der Oberkörper. Weiter hier. Komm. Lass brennen. Maxi. So. Fühlst du es? Ja. Cardio Burner. Fühlt ihr es? Ja. Wahnsinn, oder? So, Leute. Kurzer Stopp. Ablegen. Greif mal hier unten an deine Oberschenkel. Russian Twist. Okay, mir gerade angefallen. Was wichtig ist, Brust raus. Oberkörper kippt zurück. Füße aufstellen. Jetzt. Wir twisten den Oberkörper. Yes. Wenn du weiter nach hinten kippst, wird es noch schöner hier. Six Pack. Oh ja, komm. Eine Runde mehr. Kann jemand die Füße geben? Oh Gott. Es fühlt sich wackelig an. Füße heben. Nur wenn es sich gut anfühlt im Rücken. Yes. Und stopp hier. Mach mal noch ein kleines Set. Kleines Set. Auf zweiter Crunch. Yes. Singles. Go. Der DJ könnte uns sagen, wie lange wir noch Zeit haben. So. Ewig. Was? Er weiß es nicht. Sea Crunch. Hoch und tief. Hoch und tief. Wir bringen die Bauchmuskeln zum Brennen. Ja. Ich mache jetzt nur noch eine Übung. Nur noch eine Übung. Sea Crunch Extension. Mädchen. Ab jetzt. Mit. Oh. Ja, schau. Na, Halleluja. Halleluja. Ihr habt gedacht, ihr müsst alles nochmal machen. Nein. Sollen wir liegen bleiben. Schön in Cooldown. Wie sehe ich aus? Bin ja im Fernsehen. Nass. Oh. Nass. Okay, wir bleiben liegen. Streckt euch mal ganz lang. Ich bin heute on fire. Ganz lang. Oh ja, das tut gut. Dann stellt mal die Füße auf. Lasst sie zu uns fallen. Die Arme seitlich ablegen. Den Kopf von den Beinen wegdrehen. Tief durchatmen. Andere Seite. Einfach Beine fallen lassen jetzt. Spannung raus. Ohne Pulsspitzen kann man nicht leben. Das ist so. Füße aufstellen. Ein Bein streckt mal nach oben. Such dir eins aus. Oberschenkel, Rückseite. Vielleicht kannst du die Zehenspitzen ein bisschen nach unten ziehen. Das ist so ein bisschen Urlaub, oder? Andere Seite. Anderes Bein. Oberschenkel Richtung Brust. Zehenspitzen nach unten ziehen. Dann zieh dich hoch. Und komm auf die Knie. Bleib hier. Großer Schritt nach außen. Wir nehmen mal das rechte Bein. Bring die Ellbogen auf den Boden. Rücken gerade. Schieb die Hüfte tief und zurück. Dann hol den Fuß ran. Hol ihn zum Knie. Stell die Ferse hier ab. Und verlag aber das Gewicht nach vorne, ohne die Ferse zu lösen. Und dann versuch mal deine Brust zu öffnen. Jawohl. Wir nehmen gleich den anderen Fuß zum Knie. So Leo's Stretch. Gut, wenn ihr viel joggt, jetzt versuch mal die Hände hinten zu verschränken. Stehen den Muskel hier über der Achillesse hin. Oh yeah. Lösen. Großer Schritt nach außen. Popo tief. Zurück. Oberschenkel in den Seiten. Gut, wir lösen. Stehen auf. Was habe ich denn da für einen Cooldown gefunden? Ferse zum Po. Oberschenkel vorderseite. Balance finden. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Läuft. Läuft. Andere Seite. War nur ein Warm-up, oder? Eigentlich habe ich es so gemeint. Ich bin jetzt sehr kaputt und bin froh, dass es... Ach so. Krass. Sie ist voll entspannt. So läuft, läuft. Ja? Ja, wirklich. Genau so müsst ihr aus so einem Workout gehen. Wenn ihr es noch in die Dusche schafft, ist gut. Kreis mal die Schultern. Öffne nochmal hier. Brust zur Sonne, hätte ich immer mal gern gesagt. Welche Sonne? Aber das passt nicht zu mir. Bring die Finger hinten zusammen. Öffne. Mach dich nochmal auf hier vorne. Sei stolz. Wir lösen. Hier geht's immer weiter, ja? Den hören wir uns heute Abend an. Bei einem Glas Wein. Kann man machen. Absolut verdient. Ob ihr jetzt mitgemacht habt oder nicht. Ihr habt euch auf jeden Fall einen schönen Abend verdient. Holt es nach, wenn ihr Lust habt. Kommentiert. Wie gefällt es euch? Was wollt ihr noch? Was wollt ihr mehr? Was braucht ihr da draußen? Wir machen es, wenn wir können. Ja? Verspreche ich jetzt einfach. Spaß hat es gemacht. Wir hoffen euch auch. Schönen Abend. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Es wird tolles Wetter. Ja, Halleluja. Halleluja. Der Sommer kommt. Und zwar straight aus der Winterjacke. Ich hoffe, ihr könnt euch schon zeigen. Aber ihr dürft den Garten eh nicht verlassen. Das stimmt, ja. Bis bald. Ciao, ciao. 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 Ciao.